Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Pro Online Diesmal mit vielen Veränderungen Man sieht vielleicht schon, das Duellfeld ist anders, das Kartendesign ist anders, das Eingriffssystem ist anders Bloß Nachteil ist, ich sehe die Kartenfeld jetzt noch nicht so, also daran arbeite ich jetzt nochmal Wenn ihr aber vielleicht sowas könnt, dann schreibt doch gerne in die Kommentare, wenn ihr sowas könnt und dann würde mir eine riesen Hilfe sein Oder ich schaue mir das halt einfach nochmal selbst an Ähm, oh, wie viele Karten hat der denn? Wahrscheinlich Lichtverpflichter-Deck oder so Apropos Lichtverpflichter Es wurde gewünscht, dass ich ein Lichtverpflichter-Deck nehme, wird noch kommen Weil ich jetzt dieses neue Spiel habe, also es ist ein ganz anderes Spiel, ein anderes Yu-Gi-Oh! Pro Spiel Ähm, deswegen habe ich dann nochmal das gleiche Deck genommen, alles Ähm, ich habe von einem super Duell gespielt, mit einem deutschen, ja Richtig spannend war es, ich habe ihnen erzählt, ja, wie ich auf YouTube heiße und alles Und das Video hochgeladen wird, da war ein Verstand und so Aber, falls du das Video sehen solltest Ich habe aufgenommen, das Video, aber nicht meinen Sound Und das wollte ich einfach nicht, es war so ein spannendes Duell, man glaubt es kaum Und ja Also wenn du das Video siehst, bitte hinterlass einen Kommentar da, ich würde gegen dich nochmal erneut spielen Auf jeden Fall So Was braucht mein Gegner jetzt hier so lange? Das gibt's doch gar nicht, ey Auch vorhin Wollte ich aufnehmen Einen neuen Versuch, kriege ich einen Gegner, der braucht lange, eine halbe Stunde ging er apart Ne, hab ich gesagt, ne, komm Die Mist lösche ich, weil ich hab nach der Zeit einfach aufgegeben, dann, weil ich keine Lust hatte Und jetzt kriege ich hier so eine Pfeife, die nichts macht Das gibt's doch gar nicht Hallo Kann man ja mal schreiben, den Vogel Mach mal was Wow Oh, jetzt geht's los Jetzt holt er aus Jetzt hat er Maske Deswegen hat er so lange gebraucht Kennt er seine Karten nicht, oder was? Dass er jetzt erstmal durchlesen muss Ja, okay, ich bin ja nicht besser so, aber Naja Wir schwören erstmal unsere Monster So, ihn beschwören jetzt Sein Effekt So, jetzt könnte ich noch einmal drauf Achso Ähm Ne, hier könnte ich zwar das machen, aber mach ich nicht So, ich greife mal direkt jetzt an Komm, ich will es jetzt mal richtig schnell in Dämmung zu bringen Mal vielleicht erst für kurze Zeit gesehen, den Effekt So, was ist das? Doktorschädel Ist das nicht ein Psi-Monster? Ja, Psi Hoppankern am Style So, er zahlt 800 Lebenspunkte für was? Ein Monter von deinem Nachhalt von Typsy Von deinem Dick hinzu zu viel Achso So Das war gerade, glaube ich Meister G Aber macht nichts Wir greifen nochmal an mit Schönen tausend Punkte So, nein, möchte ich nicht Na, ich glaube, das sieht gut aus für uns Aber halt Meister Geek Ich glaube, er hieß so im Kopf Die Karte habe ich nämlich selbst auch irgendwo Ähm, Meister Geek hieß die Karte denn Wenn, weiß ich nicht So, was habe ich denn noch? So was hier Die Lanze, 800 Ja, habe ich auch nicht mal Scheiße gebaut Ich dachte, es geht bei Monster 800 Punkte dazu Ist nicht so, es verliert 800 Punkte So, was ist das für eine kleine Karte? Aufzieht Jungler Sonst die Monster Ja 1700 Aber leider habe ich Spiegelkraft Da wirkt leider sowas nicht So Ja, aktiviere auch die Karte, oder nicht? Ja oder nein, mehr gibt es auch nicht Oder, oder Oder, oder Was, aufzieht Jungler Angegriffen Ja, dann aktiviere ich den Effekt bitte So Spiegelkraft, dein Monster ist zerstört Und gleich greifen wir ihn schön direkt an Hoffentlich ziehe ich noch Monster Weil 2700 wäre mal ein bisschen wenig Auch wenn schon viel ist Guck mal Ist er ein Anfänger, oder was? Dieser Chris 5436 5436 Oh, das gibt es So viel kann man so eine Schlafnudel sein Wenn er wenigstens irgendwas spielen würde Und denn so lange bräuchte Dann wäre es ja in Ordnung Aber dann macht er nichts Der lese ich erstmal die Stundensätze da durch Meine Güte Okay Okay, mal schreiben Nicht Buch Lesen Spielen Oder nicht Nicht lesen Legen Buch, was hab ich denn da geschrieben? Lecken Mann, was Oh Egal 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 Nicht lesen Lecken Oh Ihr habt nichts gesehen Oh geil Nicht lesen Lecken So Was brauchst du denn so lange wieder? Hoppla Was war das denn? Oh Hä? Warum durfte ich jetzt nichts machen? Muss ich nicht verstehen, oder? Auf jeden Fall bespüre ich jetzt ein Monster Ja, den nutze ich natürlich So kann ich nämlich ein neues Monster vor mein Deck auf die Hand nehmen Und das kann ich auch gleich natürlich direkt bespüren Was ist das denn? Seat Trigger Du brauchst keine Karte Ach halt nur solange du dann gehen wir blablabla Nein, möchte ich nicht Ähm Das ist das Monster glaub ich Oder? Ne Egal Ist auch in Ordnung Bespüre ich auch vom Markt Ich brauch nämlich 2-4 Sterne Monster Und den hab ich auch jetzt Das ist sehr schön Äh Wo war die Karte? Ach keine Ahnung Egal denn ich kann jetzt das 2.700er Monster rufen Naja um welchen Preis da war vielleicht doch dumm Mach da aber nicht Ich mach noch ne Beschwörung Der Stufe 3 erstmal Denn die haben dann mehr Angriffspunkte Ja wir haben gewonnen Ich glaub das hätten wir auch gewonnen Ähm ein Z-Deck Kann man vielleicht auch mal gucken Auf jeden Fall Sehen wir uns das nächste Mal wieder Bis dann Und ciao Out 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 Out